Das Hoja ist da, die Müdigkeit damit verbunden auch. Dagegen wollen wir etwas tun und zwar ohne gleich in die Muggie-Bude zu laufen und das im Alltag. Das ist die Herausforderung. Und was haben wir da, wenn wir zum Beispiel im Büro sind? Einen Tisch. Und wir haben nicht nur einen Tisch und Jana, sondern wir haben auch einen Sportwissenschaftler und Personal Coach und Trainer aus Magdeburg, nämlich Simon Schröder. Simon. Hallo. Du wirst uns jetzt bitteschön eine Übung mit dem Tisch zeigen, aber ohne den jetzt hochzuheben aus dem Fenster zu schmeißen. Genau, genau. Eine relativ einfache Übung für die Rückenmuskulatur. Ich präsentiere sie mal. Und zwar sitzt ihr euch erstmal unter den Tisch, die Füße relativ nah herangestellt erstmal und dann hebe ich mein Gesäß an, halte mich mit den Armen fest, ziehe mich hoch und wieder runter. Hoch und wieder runterziehen. Ihr macht es euch schwerer, wenn ihr die Füße etwas weiter wegstellt. Dann ist die Rückenmuskulatur noch mehr betroffen. Wenn ihr die Füße näher heranstellt, könnt ihr euch mit der Beinmuskulatur unterstützen.